Herzlich Willkommen zurück zu The Culling mit Kundran, bzw. mit Vitaly und ich bin Wladimir. So, das sind jetzt unsere Namen. Wir haben eure Vorschläge gelesen und gehen da so nach und nach ein bisschen durch. Ich bin Culpeppers gespawnt. Ja, ich bin irgendwie in der Nähe. Ich komme auf jeden Fall auf direktem Weg zu dir. Ist eh nichts anderes. Ich möchte in die andere Richtung gehen wer weg, sonst wir jetzt durch Satellite ruf haben. Ich bin hier auf dem Weg noch ein paar Credits oder so. Oder ist mir das nicht vergönnt? Doch. Ein paar Credits, ich habe einen Schlagring und eine Bandage. Okay. Schon mal etwas? Ein bisschen Stuff auch zum Verkaufen schon. Bist du gerade unten? Ja, ich bin unten vorm Haus. Ich werfe Sachen runter. Immer an die Ecke des Hauses da. Immer Minecraft. Bleib da unten am besten. Kann sie es verkaufen. Ja, hier hinten hast du nur ein Schränkchen vergessen. Ich soll verkaufen. Ja, kannst du mal. Nehmen das mal was gespawnt. Dann ist der Stamina Shot. Jetzt hat dich irgendwer hat was aufgemacht. Aber klar hat da jemand was aufgemacht. Dann stammst du ja auch. Da liegt nochmal drei Sachen liegt da noch. Aber keine zweite Waffe oder so. Ne, ist jetzt nur der Crafted Dagger. Ja. Ja gut. Dann habe ich... Was ist für ein Geräusch? Was gegen das ist ein Metallgeländer geworfen. Ja gut. Da können wir mal kurz drausschauen. Richtung FPS ist der nächste. Der hier her? Ne. Gut. Dann können wir das auch verkaufen. Leiden gegen Credits. Was habe ich eigentlich noch mal von Adobe? Ach ja, das ist Survivalist. Wie flasste? 79. Sieht hier noch was? Ne. Hier liegen noch mal welche. Hier liegen noch mal welche. Schauen wir mal das Gas noch an. Also 89. Warte. Ich kann auch irgendwas mitnehmen. So ist es nicht. Ich weiß nicht woher das Gas geht. Ich brauche noch einen Stock. Einen Satchel. Mal kurz. Soll ich denn eine Bandage kurz mitnehmen? Ich brauche hier die Sachen nun herwirfst. Hier links ist ein Stock. Hier sind zwei Stocker. FPS. Hintereingang ist noch zu. Also ich habe jetzt keine Credits. Ja, ich nehme einmal die Credits hier mit, die hier rumliegen. Einmal hier und da rechts ist es auch noch. Oder wen? Ja, hier drinnen. Okay, einer vorne, einer hinten oder? Oh, deren Falle gerade ab. Muss noch drinnen sein, wenn er nicht rausgekommen ist. Ist er alleine, glaube ich. Da war noch eine Falle. Er ist trotzdem alleine. Gegen Vitali und Wladimir boxt man nicht, Junge. Guck mal, hier eins nochmal. So, eigentlich bräuchte ich jetzt was zum Heilen. Ja, hier, nimm die hin. Ah ja. Ja. Was hat er... Geh mal rein ins Haus. Ja. Der einsam habe ich von ihnen aufgehoben. Er hat craftet neue Pfeile, der Mensch. Geh mir einfach oben raus. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich bin immer noch... Hat er dir jetzt wieder ein paar Credits gegeben? Ja. 151 bin ich jetzt. Wie viel kostet deiner? Äh, 175. Das Vieh fehlt nicht mehr. Allerdings würde ich wohl noch irgendwie eine Bandage nehmen. Kostet ja nur 3 Credits. Die mach ich mir gleich eben selbst. Hier. Gibt noch eine. Wunderbar. Wie viel kostet deiner Heilen? Äh, 175. Das heißt das? 160 habe ich jetzt. Also 15 noch. Theoretisch habe ich hier noch den T1 Hammer von dem. Wobei der ist besser als das gecraftete Messer. Mach hier das Gift hinter uns noch an. Ist das hier Weather and Observation? Ja, ne? Ja. Das wäre natürlich nice. Wenn wir hier jetzt einen AirDot bekommen würden. Und dann noch meinen. Je nachdem was da drin ist. Ist auf jeden Fall da. Liegt ganz oben auf dem Dach. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist das Ding selbst noch leer oder? Naja, also hier ist alles offen. Okay, okay. Noch weiter? Wie komme ich denn ganz aus? Ganz oben. Hier bei mir auf der Seite. Also ich bin draußen stehen geblieben. Hier. Ja, das ist sehr gut. Okay. Das heißt? Äh, Säbel und Revolver. Also Pirat. Aber im Moment, da sind nur zwei Sachen drin? Ja, ja. In dem sind glaube ich nur zwei. Okay. Ich will jetzt sonst nochmal hoch gehen. Ich meine, da sind nur zwei. Hier verkauf meinen Schlagring da unten. Okay, ja. Und wenn ich dann jetzt den Hammer und den Schlagring verkauf, kann ich den AirDot suchen. Auf dem Gegens wieder drauf, ne? Auf der Brücke. Oh ja, das stimmt. Ja. Ja. Für einen Gegner. Bei uns. Ich hab jetzt nur das gecraftete Messer. Ja, wir müssen auch schauen, dass wir dann vielleicht noch einmal 100 Credits zusammen bekommen. Würde Sinn machen, wenn der Revolver voll machen kann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da ist einer gegen die Taktik mit der Brücke. Oder hier war noch jemand. Also ich meine, er ist runtergefallen. Ich hab Fallschaden gehört. Okay. Das hatte ich nicht gehört, oder was? Aber wir können doch trotzdem laufen über die... Unten steht einer. Na, unten steht einer. Hier, guck. Der sieht doch nichts. Ich hab's auch nicht... Der ist schon mitgerissen. Ja, ja. Entweder das oder das. Und dann lauf über das mit. Ja. Ich geh wieder rüber. Ja. Ich hoffe, ich treffe das Ding mit meinem Messer. Ich hoffe, ich treffe das Ding mit meinem Messer. Es ist großartig, wenn ein Plan kommt. Du hast deine Flucht, und jetzt bekommst du auf etwas großartiges. Just wie deine Eltern sagten dir. Same, same, same. Wir schauen, wo das Wissen hat dich. Nein! Nein! Na gut, er ist nach vorne. Wir gehen auf deiner Seite runter. Hä? Da hat einer was dagegen. Hier schießt noch einer drauf. Ja, aber egal. Lauf links auf den Streben. Kann nichts passieren. Was? Neeeeeeeg... Doch hier komm. Das müsste klappen, hoffe ich. Ja. Ja, wunderbar. Weil der Typ ist afk, das sind halt gratis credits. Ey, die will ich jetzt nicht da stehen lassen. Das hat aber ein bisschen gedauert. Hier links. Auch der eine schießt die ganze Zeit auf mich. Ich dachte der bandagiert sich oder so. Der eine ist fast tot. Den Revolver aus der Hand geprügelt aber ist egal. Das war nicht schlecht von ihm. Ich nehme den Bogen auf jeden Fall mit. Hast du den Rucksack unten genommen? Ne. Unten ist noch ein richtiger Rucksack im Wasser. Ich muss mir das heilen. Ich habe einen Mini-Kit. Ja ich auch aber. Ja ok. So lange musst du mit Bandagen eigentlich. Ja. Wie viele Crates hast du jetzt? 67. Kannst du Bandagen machen? Ich schlag hier einfach welche. Ja. Wie viele hast du? Ich habe hier schon 4 Stücke und ich werde 60 HP brauchen. Ich meinte wie viel. Rechts zu mir liegt schon eine Bandage. Ich nehme einen jetzt gleich mal eben selbst kurz. Hup. Machen wir auch noch mal eine letzte. So. Und jetzt dann als nächstes ein rotes Fass. Wie gesagt unten im Fluss liegt noch ein Rucksack. Und ich habe noch die Knuckles habe ich noch gedroppt. Damit ich Bandagen machen konnte. Die haben alle mal Explosives. Ja. Aber ich weiß gar nicht was der hatte. Weil der hat das platziert. War ich nicht. Kann eine Claymore gewesen sein. Ich habe den Rucksack von dem hast du mitgenommen? Ja. Aber ich habe daraus Amor gemacht. Okay. Nicht. Hat oben einer die Brücke zugemacht. Also aufgemacht. Also dass man drüber laufen kann. Ne. Wieso? Weil ich irgendwie so ein komisches Geräusch hatte. Was ich nun. Was ich nicht wirklich identifizieren konnte. Ich könnte schwören rechts von uns die Steps. Ja ja. Da er craftet auch eine ganze Zeit. Wie das jetzt die zweiten Explosives haben. Was ich noch nicht abbekommen habe. Die Runde schon. Ich habe auch gut abbekommen. Aber ich kriege halt weniger Schaden. 50% weniger. Ja ja. Wir können ja mal schauen was in der Mitte los ist. Aus der Mitte sieht man ja die roten Fässer besser. Aber ich finde halt gar wieder nichts. Das ist 3-Krate Monty. Good luck. Die Bisten liegen unten. Wollen wir aufmachen? Ich riskiere jetzt mal. Wenn sie kommen mache ich mir die Kit. Egal. Aber vielleicht lohnt es ja. Ich habe richtig geraten. Okay. Äh. Nimm du das Gewehr. Jop. Dann dropp ich mal einen. Ich dropp den Knuckles hier. Wie viel Schuss hat das standardmäßig? 4. Also so gesehen einen. Ein Magazin. Geradeaus. Wir müssen in dem Haus sein. Eigentlich sind wir Boxer. Da unten ist einer. Vor dem Haus. Ja. Läuft weg. Glaub ich. Oben auf dem Haus. Oh Gott. Wir gehen nicht rein. Hier ist schon wieder. Oben auf dem Haus ist aber einer drauf. Ne der Sonne hat gesprungen auch. Komm wir gehen weg. Oh Gott. Die Kiste haben sie nicht. Ein rotes Fass. Muss hier doch irgendwo sein. Ist der Revolver jetzt aktuell komplett leer oder? 2 Schuss. Wer folgt ihr uns? Ne ich leider nicht. Sondern irgendwo eins geben. Wo sollte man meinen? Aber. Hol sind alle auf der Seite der Map. Hier geradeaus müssen die anderen sein. Also hier rechts oben sogar noch. Ja. Der haut grad gegen Hol. Komm schon. Rutschfass. Wollen wir zu den. Wo wir zwischen denen stehen. Das ist nicht so gut. Ich muss mal eben auszuhalten können. Ok. Erstmal weiter. Gift zwischen uns an. Ich glaube ich habe eins gefunden. Ich weiß. Wäre ich jetzt nicht aufladen können. Wegen dem Gift. Ne. Das ist weit genug weg. Ja. Locker. Die haben die beiden Kisten aufgemacht oder? Naja. Die können ja auch denken dass unsere Fake war. Ja. Naja. Aber nicht im Team Battle. Im Team Battle willst du zumindest 2 aufmachen. Meiner Meinung nach. Mal als viewers rüber gehen. Ja. Wenn wir auf der richtigen Seite sind. Also eigentlich sind wir nicht. Die laufen hier hin. Hast du gesehen? Ne. Von wo? Laufen in unsere Richtung. Aus der Mitte. Warum sehe ich die immer noch nicht? Könnte hinterm Airdrop sein. Oder er ist zurückgelaufen. Als ich ihn nicht mehr gesehen habe. Jetzt höre ich ihn. Geradeaus. Die sind in den Sewers drin. Aufpassen wegen Explosion. Ich lege ihn Explosion. Ich lege ihn Explosion. Warte Kunran. Er kommt wieder zurück. Beide bei mir. Er verlor seinen Bogen. Nicht mehr drauf'n Stück. Boah. Da hat er seinen Block noch hoch bekommen. Was mit ihm? Oh. Ich dachte er kriegt keinen Schaden. Noch ein Medikit. Ich hab... Ja benutzt du deins. Okay. Das können wir machen. Das sah gut aus. Ich will meine 6 AP haben. Liegt hier noch ein Stock. Hast du den Bogen aufgeholt? Ja der liegt hier Richtung... Richtung von mir. Und du ihn ruhig. Und meine Claymore noch wieder. Der ist aus der falschen Tür rausgegangen leider. Ja. Habe ihn trotzdem nicht so viel gebracht. Ja er hat dann aber zur anderen Tür geguckt. Also er hat mir den Rücken zugedreht als er rauskam. Hier ist noch ne... Ach hier liegt noch ne gecraftete Bandage. What the fuck. Wo hast du deinen Bogen... Den anderen Bogen... Ich wurde angeschossen. Ich wurde mit nem Bogen angeschossen. Ich hatte noch nie einen Bogen. Hier liegt ne Bandage. Auf dem Ding drauf. Auf dem Ding drauf. Seh ich nicht. Direkt rechts von dem roten Blutfleck. Ne. Nicht mal wenn ich F-spam seh ich die. Oh das gibt es schon. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch ne Bandage ins. Ja. Okay. Ich hoffe die haben nicht 100 Pfeile. Die haben auf jeden Fall schon ordentlich geschossen. So ist es nicht. Einen hab ich getroffen. Wo ist denn jetzt der zweite Stock? Oh das war knapp. Macht ne Bandage mittlerweile 20 AP? Ne eigentlich 25. Ach so war 25. Ich hab einen getroffen. Ne 25. Oh den einen sieht man da ganz schlecht. Wo ist denn? Einer ist unten. Ah. Also mich treffen sie irgendwie zum Ding nicht. Ich werd nochmal getroffen. Ich werd nochmal getroffen. Kommen die jetzt? Ne. Boah. 5 bin 30 AP. Müsst du. Ich bin so schlecht heute. Keine Schüsse mehr. Einmal hab ich ihn getroffen. Oh Gott der andere. Okay den hab ich. Ich hab grad keine Ausdauer. Ja. 所以 ich bekämpft väaku. Schön. Ja. Mit dem Revolver und den Waffen haben wir alles verkackt. Dafür haben wir die einfach verurreigd. Einmal hab ich ihn getroffen. Ja einmal habe ich ihn getroffen mit 8 Schuss. Vitaly und Bloody Will, hast du das gekillt? Äh, drei. Ich, vier, haben wir sieben Leute umgebracht. Das war doch wieder wunderbar, Leute. Lasst einen Like, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.